So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich und der Jan spielen hier Age of Empires mit Fizz. Also, ähm... Aber ja, das würde ich jetzt auch mal machen, denn jetzt macht es Spaß, wenn ich quasi... Ja, das ist ja kein Spiel, wo man sich von Anfang an direkt... auch hoffen, wenn das für immer ist. Deswegen wird es auch schneller gehen. Ich werde dann jetzt gleich mal die Sheets alle sagen, ein bisschen. Ich habe hier noch eine Liste. Also, und es geht gleich. Also, Jan, wenn du 10.000 Nahrung haben willst, dann musst du Medium-Walkings angeben... Ja, wo ist denn die Cheat-Konsole? Da, wo du auch einen Check schreiben kannst. Achso, okay. Nahrung? Nein. Ähm. Ähm, Soldaten, Truppen. Truppen kann man sich nicht schieben. Mann, ne. Ah, du kannst dir Nahrung unter dem Scheiß schieben. Warte, ich schreib das eben in den Chat, okay? Und das muss ich einfach in den Chat eingeben, oder was? Ja, ich mach da extra grad noch ein... ...ein Plus vor. Warte mal. Äh, ja, ich mach da zu. Wie soll ich das? Also, um das Blödsinn. Geht hier drauf. Wieso ich dich zum... Äh, please. Please. Schreib mal nochmal. Eben nur, dass er zu Worten. Achso, okay. So, ich kann schon in den zweiten gehen. Ich hab mir 50.000, ähm, fleiß geholt. Ist jetzt auch in den zweiten. Ich will jetzt immer einen Plus vormachen. Ich will jetzt immer einen Plus vormachen. Ich will jetzt immer einen Plus vormachen. Ich will jetzt immer noch einen Plus. Ich will also auch in den zweiten. Ich will, dass das nicht mehr als die ist. Ich will, dass das nicht mehr als die ist. Das ist der längste von einem. Wenn ihr Scheiße findet, schreibt ihr in den Kommentaren, oder macht ihr in die Suche. Wenn ihr zu finden, was ich mir machen soll, und bei Jens, dann macht ihr in die Suche mehr. Dein technologischer Fortschritt wird dich nicht vor dem Zorn meiner Truppen retten. Ja, ich hab das hier in meinem Kopie. Ich hab da nochmal. Jan, was machst du eigentlich? Also Cavalier, oder? Du hast das Ohr zusammen gemacht. Wie kann ich das so markieren? Ja, dann musst du das Beinschreiben, das so markieren, und dann musst du CTRL-C, und einfühlen musst du CTRL-V. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Coins oder Coins? Coins. Wie ist das? Warte mal kurz, das ist mir… Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich schick mal kurz nochmal rein. Das ist so schön, dass wir hier noch nie haben. Hast du? Nö, das nicht. Ach mal kurz, gehst du nicht mehr. Hm, dann weiter. Du kriegst Gold, ne? Ist das so, Scheiße, den mit dem Foto zu spielen? Ja. Ja, lass die aber nicht lassen. Also erstmal nicht. Die sind alleine in dieser Lage. Ja, die fehlen übrigens voll auf Kackel davon, ne? Wenn man doch jetzt mal eine Chance aus dem was... Ja, mach auch mal ein bisschen annehmen. Mach auch Kanonen mit dem Scheißen. Hm... Eigentlich brauchen wir unsere Basis nicht so richtig, dass sie nicht... Hm, wie war noch mal der Holz-Cheat? Ähm... Hier, Dings. So und so... Soll ich noch mal reinschicken? Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Hm, der Holz-Cheat ist... In das Prozent, ne? Ja, das ist so häufig. So? Äh, die kommt da noch hinten dran. Ach so, Trezor, Trezor. Boah, jetzt hab ich schon wieder C, R, I, S, R, I, D. So? Ne, fuck, jetzt hab ich das Ding vergessen. Mann, ich sag das immer hingehen. So? Äh, zu... Anstatt, dass er muss ein N. Ja, ein N. Das erste. Ja, das erste. Ja, das erste. Ich dachte, das ist so. Ich hätte es hier schon mit einem anderen Arm gehen. Nein. Du hast gesagt, das erste. Das zweite. Ach so, das er. Warte mal kurz. Das ist er. Das ist der R. Das ist der R. Das ist der R. Ich werd nicht mit einem anderen Arm. Ja, das ist der R. Das ist der R. E als auf einmal. Ja, das ist der R. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lass auf! Und ich hab 50 Zahn, also das sind viele Zahn. Äh, ja, nicht wirklich. Soll ich dir was schicken, oder hast du dich jetzt eingegeben? Ich geh da zu den Fünften. Wenn ich in den Fünften bin, dann kann ich hier imperiale Leitgarde besitzen. Ich hab hier grad eine königliche Leitgarde. Ja, ich schick dir einen Fünften aus, von meinen königlichen Leitgarde. So, ähm, die und die? Ich hab hier eine königliche Leitgarde. Die drin auch noch dabei. Denn wo siehst du gerade, also guck, siehst du hier diese Leitgarde, die wir da finden? Die ist Ovisan. Das ist die königliche Leitgarde. Ich bin jetzt gleich im vierten. Ach da, guck mal. Guck mal, meine sind gleich ähm, meine sind gleich ähm, meine sind gleich ähm, meine ähm, sind gleich veterane Muskeltiere. Ja, das ist schon die finisierte Leitgarde. Die werden jetzt gleich... Meine werden jetzt ähm, ja warte, meine werden jetzt imperial gemacht. Meine werden gleich ähm, rot dröcke. Machen wir gleich rot dröcke. Bin jetzt nämlich im vierten. Ja, ich bin nämlich. Dass die hier mal stehen, die sind. Wie hast du es nur geschafft, so schnell durch die Zeitalter voranzuschreiten? Du musst mir dein Geheimnis verraten. Ja, ich hab gleich hier imperiale ähm, Leitgarde. Imperiale Leitgarde. Schreibt an. Schreibt an. Schreibt an. Der eine ist doch im ersten. Das ist schon so sehr. Leute, es war aber zum ersten Mal eine kurze Age of Unpired Aufnahme. Für mich ist ja die erste, die ich hochladet. Nach der Kampagne. Ich glaub, die ist schon oben. Wenn ich das hier hochgeladen hätte. Bei mir ist noch gar keine Kampagne. Hast du da? Ja, vielleicht. Weil ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. Weil ich nicht gern beteiligt. Nichts machen. Ready. Meinst du es? Nee, ähm. Ja, es gibt auch beiden. Meinst du es beiden? Ja, und äh, ja, das wollten wir auch noch sagen. Es gibt bald ein neues Projekt, weil wir hatten ja angekündigt nur, das, äh, das ist nix geworden wegen, ähm, so ganz schön vielen Fünftnotern. Deswegen haben wir das jetzt anders gemacht. Hm. Wird ein paar weniger in den Leuten, aber... Ja, weniger, aber wir haben jetzt auch... Wir machen das jetzt mit Modpack, nicht mit 1.9. Ja. Das haben wir uns echt auch gedacht. Dann, ich bin jetzt gerade schon bei Geld, ne? Also... Ja, ich geh jetzt. Ich hab jetzt keine Geld, ne? Ja, ich geh jetzt. Ich hab jetzt keine Geld, ne? Ja. Wie wäre das nochmal? Ja. Ah, ja. Oh, der hat Psyken hier schon gebaut. Aber die Psyken hier, das mach ichkal, es ist fast locker drum. Oh, come on. Das ist jetzt auch ein bisschen zur Abwechslung, also das mit den Schäden. Du hast mich geschlagen. Ich biete dir meine Niederlage. Weißt du, wie süß? Ja, einer von denen wird auch schon sehen. Oh, bei mir ist hier grad auch schon ein paar Leute. Ihr habt bei mir ein paar Worte stehen. Ich bin schon dabei, aber er bleibt nicht grad an. Obwohl ich ja eigentlich die mit dran hab dafür, ne? So, jetzt ist es. Das ist ein bisschen wie wichtig. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ja. Die kommt von mir. Der hatte die oben bei mir. Okay, er will auf. Oh, das war ganz schön schnell. Ja. Das kannst du dort sein. Oh, hier hinten kommt ja noch was. Stimmt, hier hinten war noch was. Hier waren doch meine Truppen hier alle so ein bisschen verstreut. Ja, das ist also, wenn man extrem schützt. Hier, ich hatte fünf Stalle. Und drei und acht Siedler, die hier frei rum schon im Nächsten gemacht haben. Hier lagen noch ein paar Goldkisten. Ja, wahrscheinlich. Das war's jetzt auch von mir. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.